Weiterholt. Wo weiterholt? Drücken Sie die grüne Taste. Patient nicht berühren. Auf die Seite. Noch ein Brustkorb. Aber wenn es geht, also macht die ruhig weiter. Wenn der was von euch will. Schock empfohlen. Achtung. Patient nicht berühren. Gerät lädt. Gibt es denn auch Patienten, die noch einen Herbstschritt machen? Ich habe schon Patienten nicht berühren. Drücken Sie die orange Taste. Achtung Schock. Führen Sie abwechselnd. 30 Herbst. Es gibt eine laute Ansage. Achtung Schock. Es gibt auch Patienten. Ist der Patient normal. Es gibt auch Patienten, die einen Schrittmacher links haben. Gibt es denn auch? Ja. Wer denn? Tatsächlich gibt es zum Beispiel Jäger und Schützen, die rechts hier Gewehr anlegen. Da das überhaupt ein Schrittmacher brauchen können. Lassen Sie sich auf der linken Seite. Ach ja. Gibt es auch mal. Es gibt Wunder, wenn er plötzlich auf der linken Seite ist. Ich würde das noch sehen. Ich würde das noch sehen. Wenn Sie mal nur, wenn Sie auf den Herzschrittmacher so etwas aufbringen, dann leidet dann natürlich nur die Elektrode in diesem Herz. Ja. Schauen Sie abwechselnd. 30 Herzdruckmassagen und zwei Beatmungen durch. Setzen Sie die Reanimation fort, bis der Patient normal atmet oder neue Anweisungen erfolgen. Trotzdem ist es natürlich 20. Weil der Strom natürlich den Stromfluss hochzuverlösen ist, das ist an der Zeit. Der Reanimation ist natürlich besser, als ich auch so könnte dabei. Deswegen also immer möglichst fern des Aggregats. Da sind immer noch Reste darüber laufen. Aber ich würde das schwer vermeiden. Jetzt fühlt sich leider der Reservoir heute noch schwer. Das ist leer. Das ist leer. Die ist schon leer, aber auch gar nicht aufgedreht. Ja, die haben wir ja auch sicher gemacht. Was mache ich denn, wenn das tatsächlich passiert? Hinten ab. Ganz klar. Jetzt wäre das zum Beispiel der Fall. 25. 25. Drücken Sie die grüne Taste. Patient nicht berühren. Bitte warten. Auswertung läuft. Schock empfohlen. Achtung, Patient nicht berühren. Gerät lädt. Schock abgeben. Patient nicht berühren. Drücken Sie die orange Taste. Führen Sie abwechselnd 30 Herzdruckmassagen. Und zwei Beatmungen durch.